Hey Leute, vielleicht wisst ihr es ja noch, für die Leute, die mich etwas länger abonniert hatten, ich hatte mal so eine Art Community-Projekt in Minecraft vor, so etwa einen Cookies-Community-Server, da wo quasi ihr mit entscheidet, was so auf einem Minecraft-Server so gebaut wird, was für Sachen da drauf kommen. Und das wird dann einfach so ein riesen Community-Server. Ja, das war damals die Theorie, aber ja, da hat mir dann einfach damals die Motivation gefehlt. Und das ist mittlerweile ganz anders geworden. Und zwar habe ich mir jetzt einfach gedacht, dass ich dieses Projekt nochmal aus dem Boden hole und nach sechs Monaten endlich wieder mal wieder zum Leben erwecke. Und damit meine Community da auch ein bisschen was mitzusagen hat, weil es sind ja jetzt mittlerweile genug Leute geworden, möchte ich damit auch ein bisschen die Bucket-Programmier-Reihe ein bisschen mit einbinden, weil das macht ja mittlerweile den Hauptteil meiner Community aus. Und das wird etwa so ablaufen. Ich habe mir das etwa gedacht, dass wir eine Art Minispiel-Server machen, aber wartet. Das wären jetzt nicht solche Sachen wie Survival-Games oder sowas, sondern ihr könnt ja auch ein wenig programmieren und ihr seid ja meine Abonnenten, die diese Tutorial-Reihe verfolgen. Und deswegen sage ich einfach, hey, meldet euch doch einfach mal bei mir und wir programmieren zusammen dann diese Minispiele. Also wir haben dann zusammen eine Idee, programmieren diese Minispiele und haben dann sozusagen unsere eigenen Minispiele auf unserem eigenen Community-Server. Somit baut ihr ein wenig was mit dem Server ein und ja, es ist einfach unser Server und nicht nur meiner. Und mit dem Server und alles, da muss ich noch schauen, wie ich das hinbekomme, ob wir noch einen kleinen Sponsor finden. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Slots wir machen sollen, aber sagt doch einfach mal, was ihr von dieser Idee haltet. Und ansonsten würde ich euch einfach empfehlen, mich vorerst einfach mal in Skype zu enden. Später werden wir uns dann auch noch ein Teamspeak zulegen. Aber vorerst ist das ja nur so eine kleine Theorie. Ich hatte da auf jeden Fall richtig Bock drauf, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel schon irgendwelche Minispiele programmiert habt, von denen ihr euch trennen könnt, die aber nicht weiter vermarktet werden, dann könnt ihr die mir auch zuschicken. Das ist echt super. Also falls ihr schon Minispiele programmiert habt oder sowas, dann schickt sie mir einfach per PM und ich schaue mir die dann mal an und vielleicht entwickeln wir die dann sogar weiter und sie kommen dann auf den Minispie-Server. Das wird dann etwa so sein, dass wir dann am Ende vielleicht maximal 10 Minispiele haben oder was weiß ich, 5. Und die werden dann ziemlich ausgebreitet sein und dann gibt es dann sozusagen ein paar Punkte und die Punkte verdient man sich durch die einzelnen Minispiele. Das ist sozusagen auch ein bisschen abgeleitet von den größeren Minispie-Servern, allerdings halt eben mit diesen neuen Minispielen. Und ich denke schon, dass das ziemlich gut ankommen wird, besonders weil es eben neue Minispiele sind und nicht nur solche Server, wo es eben diese Minispiele gibt, die einfach nur geklaut sind oder sowas. Das ist einfach ein eigenes Prinzip und sowas finde ich echt cool. Also wenn ihr irgendwas programmiert habt, schickt es mir einfach mal per PM, falls ihr euch davon trennen könnt, das ist natürlich keine Pflicht. Und ansonsten meldet euch einfach mal per Skype, da heiße ich übrigens CookiePlates, weil kein Name mehr frei war, findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Ja, was wollte ich jetzt nicht, ich wollte noch irgendwas ansprechen. Ja, und da hat man dann eben diese Punkte, wenn man ein Spiel gewinnt oder sowas oder wenn man einfach mitgemacht hat, kein Plan. Und damit kann man dann entweder einen Rang aufsteigen oder man kann sich eben von diesen Ingame-Punkten weitere Sachen kaufen, die dann eben in den Minispielen etwas bringen. Oder man kann sich spezielle, wir können auch ein kleines Minispiel programmieren dazu noch und dann kann man sich eben mit den bestimmten Punkten ein Minispiel freischalten, das man dann spielen kann. Und ich finde das einfach eine richtig coole Idee. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach so alleine bin oder ob ihr das auch so cool findet. Auf jeden Fall, jeder kann mitmachen, der ein wenig Programmierkenntnisse hat oder der einfach nur, wir suchen auch Architekten, das ist natürlich auch klar. Also alle, die irgendwie Bock auf Minecraft haben oder irgendwie bauen können oder so, ja, einfach melden. Auf jeden Fall Architekten brauchen wir auch, weil ich kann nicht bauen, ich bin der Pubermierer. Und ja, auf jeden Fall bringt ein wenig Programmierkenntnisse mit oder seid ein Architekt, das ist mir egal. Ja, mir wäre es auf jeden Fall wichtig, dass ich euch mit einbinde und meldet euch einfach mal, wir sehen dann, wie es mit dem Projekt weitergeht. Und es ist, wie gesagt, bisher nur eine Theorie, aber es würde mich freuen, wenn ihr damit auch positiv überrascht seid und dieses Projekt mit mir angehen werdet und bis dahin, ja, ciao!